So, jetzt folgt das nächste Secret Level, was ich nachträglich jetzt spiele, weil ich es während der Aufnahme nicht gefunden habe. Das ist nämlich im Skyscraper, in diesem Raum, wo wir schon waren, wo ich dachte, das müsste man aufmachen, aber nein, man kann hier einfach durchspringen. So, und dann sind wir auch schon da. Skyscraper ist complete und wir machen weiter in The Dogs. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, also ein Level mit diesem Namen, wenn ich mich recht erinnere, im Hauptspiel, aber egal. Okay, Yang... Yangtze-Kyang, ist das nicht der Fluss in China? Yangtze? Keine Ahnung. Da ist, ja, natürlich ist da was drin. Moment, ist der Ring hier ein Schalter? Nein, nein. Können wir das aufmachen? Ja. Los geht. Aha, aha. Aha. Munition. Achso, speichern. Ah, ja, Tür. Na, komm schon raus. Wobei, da ist eine richtige Wand, das heißt, ich kann auch direkt so machen. Hoppla, so. Bam. Aha. Hallo. Da ist was hinterher, nein. Cowabunga. Cowabunga. Ähm, wo bin ich jetzt? Nein, geh weg. Ich hasse dich. Aua. Wir sind in einem Lagerhaus. Sieht zumindest aus, halt, da war irgendwas. Achso, nee. Ähm. Gehen wir in den Kisten. Einschalten. Ach, Licht. Aha. Ein roter Schlüssel. Rote Schlüssel sind immer gut. Denn damit können wir rote Tieren öffnen. Einschalter. Göste. Ich glaube, der andere ist auch noch nicht tot. So, du bist tot, du bist tot. Hier können wir tauchen. Nö, können wir nicht. Kann ich das Schiff, brauche ich da wieder so ein Repair-Tool für das, der Silberne Schlüssel. Uah. Ja, hier brauchen wir irgendeinen, kann ich einschießen. Achso, ach, ich, ah, okay. Bam. Ich denke mal, damit fahre ich jetzt zum silbernen Schlüssel. So, und sammle den ein. Und eventuell kann ich, jetzt komme ich aber nicht wieder rein, oder? Doch. Eventuell, vermute ich mal, kann ich, kann ich da, ne, kann ich nicht, okay. Ich dachte eben, ich könnte vielleicht da rüberspringen, da oben irgendwie rauf, aber scheinbar nicht. Gut, wir haben einen roten Schlüssel und wir haben einen silbernen Schlüssel. Den roten, den brauchen wir hier. Nein, du hast, ah, rote Hüte. Hier weg. Äh, ein Kran. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Keine Ahnung, gehen wir erst mal hier rein. Öffne dich. Okay, einfach nur ein Parkplatz oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Munition. Keine Munition ist hier sonst irgendwas. Kann ich hier rauf? Aha. Irgendwo hat sich irgendwas geöffnet. Gucke ich hier nochmal nebenan. Äh, nö. Sieht nichts aus, aber irgendwo habe ich was gehört und ich meinte, es war rechts von uns und rechts von uns ist dieser andere Raum, aber scheinbar. Achso, ach, der Kran hat sich geöffnet, hm? Und der, ach, das ist gar kein Kran, das ist irgendwie, äh, ein Lasergeschütz oder so, keine Ahnung. Okay. Gut, damit konnte ich da jetzt ein Loch reinschießen, aber das hätte ich auch ohne das Teil hier gekonnt. Was ist da drüben? Keine Ahnung. Hm. Naja, gehen wir hier erst mal durch. Was geht? Oh, hier sind wieder kleine Boote. Können wir damit rumcruisen? Nö, kann man nicht. Wieso nicht? Finde ich nicht gut. Kann ich hier tauchen? Nö. Ah, warte. Scheiße. Da brauche ich einen Bronze Key. Hier komme ich nicht durch. Oh, doch. Aha. Was geht? Da komme ich irgendwie hinter diese Umzäunung. Hier, aber dann will ich erst mal hier draußen noch gucken, was hier noch alles ist. Da oben ist irgendwas, wo wir nicht rankommen. Das geht nicht auf. Da ist eine Heatsseeker-Card. Ripper-Hard. Kommen wir hier denn rein? Ja, mach mal auf. Dann halt nicht. Und da oben, da oben komme ich mit dem, da brauchen wir den Silberschlüssel. Äh, mal eben jucken. So. Da kommen wir doch dann sicherlich mit dem Schiff hin, denke ich mal. So, auf geht's. Fahren wir mal ungefähr hier so hin. Ja, vielleicht mehr so. So. Perfekt. Pumpen. Knöpfe, die keine Knöpfe sind. Äh, was ist das da? Biofeed. Das soll bestimmt ein... ein Typ sein. Keine Ahnung. Mal sehen, was wir hier so Schönes finden. Pumpen. Aha. Wasser läuft ab. Da ist bestimmt irgendwas drin, oder? Ich hab nur ein bisschen Angst, dass ich da zerquetscht werde. Äh, hier ist nichts drin. Oh, aber... Okay, die gehen nicht so weit runter, dass sie mich zerquetschen würden. Dann kann ich ja mal in alle reinkommen. Er kann hier bestimmt tauchen, hier nicht. Hier auch nicht. Okay, alles nieten. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier rein. Aha, jetzt sind wir... Äh, keine Ahnung. Irgendwo anders. Hui. Hui. Und wir sind... Ah, muss ich da rüberspringen? Hier ist schon der Ausgang. Okay, ja, das nächste Level war dann Airplane. Das sieht nach Airplane aus. Und jetzt komm ich hier bestimmt nicht wieder weg, oder? Nein. Verdammt, ich wollte doch... Ach shit, ich dachte, da hinten würde es weitergehen bei diesem anderen Bereich. Äh, ich lade nochmal eben. Dann... Gehe ich erstmal wieder weg. Weil ich will nochmal eben wissen, was da hinten noch so ist. Wir haben ja auch noch kein Secret gefunden. Ich muss ja immer... Mindestens eins muss ich ja finden. Und hier ist auch diese Tür, die sich nicht öffnet. Weil wir keinen Bronz oder einen Schlüssel haben. Ja, aber wo werde ich beschossen? Von... von dort. Ja, Entdeckung. So, Aua, Hilfe. Ich muss mal näher an die Typen da ran. Ja, das könnte ich schon klappen. Ha, Double Kill. So, na komm, stirb schon. Komm ich halt zu dir. Oh, Granaten. Oh, fuck. Ich weiß immer noch nicht, was dieser Typ für eine Waffe hat. Weil die ist einfach mega krass. Komm, wie wär's denn? Ich hab so viel Munition von allem. Hier, ich baller jetzt einfach mal wieder ein bisschen rum. Hab ich nicht auch noch einen Ripper hat? Ja, genau. Guck mal, dann stelle ich das mal hier hin. Lowang und einen noch hier hin. So, und einen tue ich nochmal hier hin. Ich denke mal, dann sollte sich das... sollte sich das regeln. So. Da bist noch du. Der, der unsichtbar ist. Der, der unsichtbar war. Okay. Ich höre Türen. Okay, jetzt mal eben systematisch hier ein bisschen rangehen. Hier waren wir schon. Hier ist Fisch. Hier ist eine Tür. Aha, hier ist toter Fisch. Da sind Krabben. Und hier sind wir irgendwo ganz anders. die geht nicht auf. Die geht auch nicht auf. Warum sind diese Räume hier, wenn da nichts drin ist und man auch nicht weitergehen kann? So, hier ist jetzt wieder die Bronzetür. Dann brauche ich doch jetzt eigentlich gar nicht mehr den Bronzeschlüssel, oder? Aha. Wenn ich von der anderen Seite an diese Tür rankomme, warum sollte ich dann mit dem Schlüssel hier durchgehen? Okay, ich denke mal, hier draußen ist nichts mehr. Wobei, vielleicht ist hier irgendwo ein Secret. Hm. Na gut. Okay, man kann hier doch durch. Ah, hier ist der Bronzeschlüssel. Sieh mal an. Okay, dann können wir jetzt auch die andere Tür nehmen. Ja, dann sind wir jetzt hier. Toll. Hat uns irgendwie gar nichts gebracht. Gut, gucken wir mal auf die Boote. Hier liegt irgendwas drauf. Was wir nicht einsammeln können. Hier ist nichts. The Master Bait Shop. Okay. Achso, hier brauchen wir auch einen Bronzeschlüssel. Gut. Hier kommen wir hier rein. Achso, ach jetzt sind wir wieder hier. Gut. Dann bleibt uns nur noch die Bronzetür. Und gehen wir mal durch. Was geht? Haben die hier wieder Pornos? Ja, sieht so aus. Ach, ein Schwertfisch. Wieso? Achso, er ist... Achso, ich dachte, der hängt hier, aber er gehört einfach zur Textur. Dann kann man ihn natürlich nicht zerstören. Ist irgendwas hinter den Angeln? Nö. Hier? Ist der Fisch ein Secret? Nein. Oh, ich stirb. Wir haben immer noch kein Secret. Das gefällt mir nicht. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Aha. Das geht. Da oben können wir rein. Achso, da guckt irgendwas nur durch die Wand durch. Kann ich hier rein? Dann kann ich hier tauchen. Äh, kann ich hier tauchen? Nö, wieso nicht? Ich will hier rein. Geht nicht. Dann bleibt uns nur die Möglichkeit, hier rüber zu klettern. Aber bevor wir da reingehen... Ähm... Hier wäre es dann... Na toll. Hier mit. Lalalala. So. Hoppla. Das ist scheiße. Ich lade nochmal. Äh, das war dumm. Ja, wo ist das andere da? Ja, lass mich rein. Ja, stirb doch. Ja, du auch. So. Okay. Die Idee mit den Granaten war gar nicht so schlecht. Die Ausführung war aber nicht ganz so toll. Lalalala. Hier. What the fuck? Wohin gehen die eine jetzt gerade fest? Und die explodieren jetzt wieder sofort. Also ich kann eigentlich checks einfach nicht. So, ich glaube, da oben ist jetzt alles Moos. Oh, sieht so aus wie es was sind da. Ähm, hier? Ne. Das ist die Küche. Und... Okay, das ist immer extra rein. Da, ich hasse dich. Komm her. Dann stirb. Hinter den Bücherregalen. Nein, nein, nein. Doch. Ha. Was ist das? Was ist das? Test your might. Äh, soll ich das jetzt kaputt boxen? Äh, erstmal lieber speichern. Nicht, dass hier wieder irgendwas schief geht. So. Bam. Irgendwas hat sich jetzt geöffnet. Ah. Time to geteilt. Okay. Ähm, gut. So. Die Küche. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Kann ich hier im Waschbecken tauchen? Kann... Ne, ich kann hier nicht mal... Äh. Lass mich doch hier hoch. Ne, ich komm hier nicht mal rein. Schlafzimmer. Der Gong, der macht doch wieder irgendwas, oder nicht? Oh, nein. Macht er nichts? Ist hier irgendwo was hinter? Hier? Hm. So, und hier komm ich jetzt bestimmt. Genau. Bin ich wieder hier. Ja, dann haben wir da hinten alles abgeklappert. Ein Secret. Das ist nicht wirklich... Oh, damn. Ich bin jetzt in die Wände. Nicht gut ist das. Ein Geist. Komm her. Tja, aber... Oh, noch mehr Geister. Ansonsten... ...haben wir ja alles hier. ...erledigt. Von daher. Ich wüsste gerne, wie man in diese Hütte hier noch rein kommt, aber... Tja, ich weiß nicht. Die Hütte hat zwei Türen. Da ist noch eine. Oh, sind da noch mehrere. Die Hütte hat zwei Türen, aber keine davon öffnet sich. Ach, wie viele sind hier noch? Einer ist gerade nach oben weggeflogen. Hier ist noch einer. Ja, jetzt bleib doch mal hier. So, das war der. Ich kann da die Anzeige mit den Gegnern wieder nicht erkennen, weil da die FPS-Anzeige vor ist. Ich glaube, wir sind bei 50 von 52. Hm. Naja, soll reichen. Ich weiß nicht, wo wir sonst noch... ...hin könnten, hin müssen. Da komm ich nicht lang. Hui, abwärts. So, und nochmal abwärts. Hui. Na gut, dann war das das zweite Secret-Level. Und dann geht es ganz regulär weiter mit Airplane. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.